Das Spezielle an unserer Garage ist, dass sie über zwei Kantone beheimatet ist. Das heisst Basel-Stadt und Basel-Land und gleichzeitig mit dem öffentlichen Verheer verbunden ist. Wieso mache ich gerade meine Lehre hier? Schlussendlich ist der erste kleine Arbeitsweg. Es sind freundliche Leute hier und ich habe mich schnell mit ihnen vertraut gemacht. Ich habe mich alle sehr herzlich empfangen bei der Schnuppenwoche und es hat mir von Anfang an gefallen. Für unsere Garage ist speziell die Professionalität und die acht Marken, die wir betreuen, ist sicher für die Lehrlinge sehr abwechslungsreich. Ja, wir haben verschiedene Lernende, die wirklich einen Erfolgsstory hinter sich haben. Der eine hat die Ingenieurschule bestanden, das ist ein Ingenieur heute. Bei der anderen sind im Kunden die entstätig, haben sich kaufmännisch weitergebildet. Also da gibt es wirklich mehrere Erfolgsstories.